Hallo aus anderen Empfängnisgeräten, heute gibt es mal ein etwas komisches Video, weil der Herr Eppers, diese alte Sackrate, hat mich natürlich auch für diese dämliche Challenge da vorgeschlagen und da ich meine Ruhe haben will, mache ich jetzt halt mit. Ich werde aber niemanden nominieren, sondern ich mache das jetzt einfach, sonst habe ich die nächsten drei Wochen auf meinem Facebook-Profil immer nur das gleiche Thema. Hier haben wir Eis, nein, habe ich nie mehr. Dann würde ich als erstes meine persönliche Schutzrausrüstung aussetzen, weil Safety First, also ein Helm, ganz wichtig. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Handschuhe, auch ganz wichtig, weil wenn man auf dem Eis jetzt ausrutscht, in die Wanne fällt, warum mache ich das in der Wanne? Bei uns regnet es gerade wie Sau und ich möchte meine Kamera nicht da im Regen stehen lassen, deswegen gibt es das Herz jetzt in der Wanne. So, jetzt machen wir das Eis da rein, jetzt werde ich mal kurz die, nein, die Brille, die Brille, die Brille, die Brille und jetzt werde ich mir den Scheiß über den Kopf gießen, ohne das ganze Wasser. Gott sei Dank ist meine Freundin nicht da, weil wenn jetzt hier Überschwemmung ist, dann kann ich es noch wegputzen. Also, auf geht's! Achtung! Ihr wollt nur meine Nippel sehen. Ja, das wär's an dieser Stelle. Ein bisschen kalt ist es und ich sage wie immer, ciao, euer Kerstin.